Ihr habt sicher alle mitbekommen, welche Auseinandersetzungen es um die Echo-Verleihung 2018 gibt. Ich werde dazu was ganz Grundsätzliches beitragen, denn es geht im Kern um ein Problem, das wir aus der Geschichte kennen und das wir immer noch nicht überwunden haben. Es geht um Antisemitismus. Antisemitismus ist ein sehr vielschichtiges Problem, mit dem wir uns hier auf dem Kanal auch ausführlich beschäftigen werden, das verspreche ich euch. Aber weil die Debatte gerade so hoch kocht, will ich ein paar kurze Anmerkungen machen. Wie war und ist das mit dem Antisemitismus in Deutschland? Der Antisemitismus entsteht aus der Judenfeindschaft, die es auch schon im Mittelalter gibt. Die Wurzeln des Problems sind also sehr tief in die Geschichte eingegraben. Als die Welt modern wird, ganz grob gesagt ab der Französischen Revolution, wird auch die Judenfeindschaft sozusagen modernisiert und der Antisemitismus erfunden. Denn die Französische Revolution und die Aufklärung, ein Video dazu findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt, die erschüttern die Deutungsmacht der Religion. Und so suchen die Antisemiten neue, nicht-religiöse Begründungen für ihre Vorurteile und Verschwörungstheorien. Damals war die große Zeit der Wissenschaft der Volkskunde, die unter anderem die Eigenschaften bestimmter Völker beschrieb. Was ist jetzt ein Volk? Naja, gemeint war eine Gruppe von Menschen, die in einem bestimmten Gebiet leben und die gewisse gemeinsame Eigenschaften und vor allem Bräuche und Traditionen haben. Ich sag mal Schwaben oder Bayern oder Franzosen oder Deutsche. Also ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was unter dem Begriff Volk zu verstehen ist. Und so wie die Bayern einen bestimmten Charakter haben, so haben die Juden eine bestimmte Charaktereigenschaft und so weiter. Als dann die Rassenlehre immer mehr aufkommt, knüpfen die Antisemiten daran an. Sie sagen, Jude zu sein, das ist keine Frage der Religion oder der Tradition, sondern das ist eine Frage der Rasse, der biologischen Eigenschaften. Man erfindet, so muss man das sagen, man erfindet eine jüdische Rasse, die angeblich bestimmte unveränderliche Eigenheiten hat. Also aus kulturellen Eigenheiten werden angeblich rassische, biologische Eigenschaften. Und die Rassenlehre bewerte die Eigenschaften auch noch. Die Aria sollen gute Eigenschaften besitzen. Andere Rassen von Menschen, zum Beispiel die Juden, sollen schlechte Eigenschaften besitzen. Das ist wichtig. Vorher geht es um Verschiedenartigkeit, jetzt geht es um Verschiedenwertigkeit. Die Juden sind also minderwertig. Und jetzt versteht man auch, warum die Antisemiten das so hinbasteln. Die religiös begründete Judenfeindlichkeit, ganz grob gesagt, Juden haben Jesus umgebracht, deshalb sind sie böse. Diese religiös begründete Judenfeindlichkeit verlor natürlich die Argumente, als die Bedeutung der Religion abnahm. Stattdessen gelten auf einmal die Menschenrechte. Deshalb kann man Juden nicht einfach mehr diskriminieren und ausgrenzen. Die Antisemiten machen aus den Juden jetzt wieder Leute, die weniger wert sind, die man ausgrenzen darf und denen man praktisch alles antun darf. Die Antisemiten machen für alles, was im Staat oder in der Gesellschaft aus ihrer Sicht falsch läuft, die Juden verantwortlich. Schon vor dem Jahr 1900 gibt es im Deutschen Kaiserreich antisemitische Vereine und Parteien. Bei den Wahlen erhalten sie ungefähr drei Prozent der Stimmen. Die Antisemiten sind also eine kleine Minderheit, aber sie sind eine sehr lautstarke Minderheit, die ihre vergifteten Thesen verbreitet. Nach dem Ersten Weltkrieg nimmt dann der Antisemitismus in Deutschland richtig Fahrt auf. Die Menschen sind damals ja richtig verzweifelt und elend dran. Ihr könnt euch gerne auch mal das Video dazu anschauen, findet ihr, wenn ihr oben auf das I klickt. Und plötzlich fallen die Parolen auf fruchtbaren Boden. Die Juden werden für alles verantwortlich gemacht. Zum Beispiel dafür, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Sie sollen verantwortlich sein für die Inflation, für die schlechte wirtschaftliche Lage. Sie haben angeblich das demokratische System geschaffen und den Kapitalismus und auch den Kommunismus und so weiter und so fort. Die Juden, die etwa ein Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen, müssen als Sündenböcke für alles herhalten. Die angeblich typischen Eigenschaften der Juden, also die Stereotypen-Vorurteile, werden immer mehr verbreitet. Es gibt richtiggehend eine neue Literaturgattung, die antisemitische Literatur. Besonders die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler hetzten gegen Juden. Und so sickern antisemitische Vorurteile immer mehr in die Gesellschaft ein. Auch in bürgerlichen Kreisen sagen auf einmal Leute Sachen wie, du lügst wie ein Saujude. Je öfter man solche Sachen sagt, umso natürlicher, stimmiger kommen sie einem vor. Der Antisemitismus verbreitet sich unter der Oberfläche. Vielleicht kann man sagen, zum Teil unterbewusst immer weiter. Und immer mehr Menschen akzeptieren die Haltung, dass Juden weniger wert sind als die Aria. Auf einmal sind die Nachbarn, die seit Jahrzehnten nebenan leben, keine Deutschen mehr, sondern Juden. Jetzt merkt ihr vielleicht, wieso die aktuelle Diskussion so wichtig ist. Wieso menschenverachtende Vorurteile und menschenverachtende Verschwörungstheorien nicht gesagt und verbreitet werden sollten. Weil solche bösen Worte ganz unbemerkt in unsere Gedanken und Gefühle einsickern. Weil wir Menschen für solches Wortgift anfällig sind. Gerade in Deutschland ist das ein ganz sensibles Thema. Denn als die Nazis an die Macht kommen, nutzen sie diese schon ziemlich weit verbreiteten antisemitischen Vorurteile aus, verstärken sie. Erst nimmt man den Juden ihre Geschäfte weg, erteilt Berufsverbote, verband sie aus Bädern. Dann zerstört man die Synagogen, dann erklärt man Juden zu Nicht-Deutschen, dann zwingt man sie auszureisen. Man nimmt ihnen Hab und Gut, steckt sie in Ghettos und schließlich werden in den 1940er Jahren Juden systematisch verfolgt. Und ermordet. Rund 5,6 Millionen Juden werden vernichtet. Auch heute ist der Antisemitismus in Deutschland und in Europa nicht verschwunden. Wenn ihr ein Lied hört oder einen Text lest mit antisemitischem Zeug oder auch Angriffen gegen andere Gruppen von Menschen mitbekommt, dann denkt an unser Grundgesetz, an den ersten Artikel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Tja, und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, sich mit Geschichte auszukennen und die Vergangenheit zu kennen. Denn nur so kann man Diskussionen in der Gegenwart auch richtig führen, zumindest Diskussionen, die einen historischen Hintergrund haben. Natürlich würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt hier auf dem Kanal, dann abonniert uns einfach. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.